Musik 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 Die Atemluft ist der wichtigste Teil der Ausrüstung, nur die beste, reinste Atemluft, nachdem wir in 12.21 Uhr bekommen. Dafür haben wir zahlreiche Produkte in unserem Produktportfolio, unter anderem Aerogar, der CO2 aus der Ansaugluft entfernt, Sikoros als Filterüberwachung, damit der Kompressor abschaltet, wenn die Filterpatrone gesättigt ist. Und wir dringen jetzt in diesem Jahr im Rahmen unserer Pur-Air-Kampagne darauf, dass auch Tauchbasen die Originalfilterpatronen einsetzen, die dafür sorgen, dass die Luft hinten rauskommt, die ein Taucher verdient. Musik 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 Musik